So die Schlucht ist zugebaut. Ja geil. Können wir eigentlich hier noch weitermachen. Ach egal. Die Chance ist zugebaut. Will ich jetzt nur noch hier vorne ein bisschen verschönern, dass es auch alles gleich ist. Geh mal schon ruhig Riese. Ich hoffe, den Baumkrieg auch gleich noch drum herum gefällt, ansonsten wäre das ein bisschen ätzend. So. Fundamente sind alle da. Ich bin zufrieden. Du bist zufrieden, echt? Ich bin zufrieden. Sehr zufrieden, sehr zufrieden. Was hast du gerade gemacht? Hört sich spannend an. Ja, nochmal. Fundamente? Das war erstmal kaum. Achso, du hast die Fundamente weitergegangen. Mhm. Und die Echsenhaut. Ist jetzt komplett zu? Ja. Lär dir komplett zu sein. Ja, sieht so aus. Gut, ich kümmere mich dann um die Ketten. Haben wir schon beantragt, okay. Was wollen wir denn als nächstes machen eigentlich? Ähm, ich hatte irgendwas im Gespräch. Mir fällt es gerade noch nicht nah. Moment. Ich muss selber nochmal schauen. Bio-Brennstoff. Wenn es gerade nichts Wichtigeres gibt, dann würde ich tatsächlich... Ja, kannst du gerne machen. Und Produktion über Takten, aber das brauchen wir jetzt noch nicht. Das können wir danach machen. Aber, ja, du könntest die Ressourcen ja schon mal machen, wenn du willst. Jo. Ja, warte schon. Ah, Michi? Mhm. Magst du mal sortieren? Was? Ich hab's dort jetzt. Achso, okay. Wir brauchen, glaub ich, bald noch mehr Lagerkisten. Ähm, kannst du schon mehr... Achso, ne, hat's nicht gekehrt. Eisenstangen, juhu. So, diese kleinen Lagerkisten meinst du, ne? Die bräuchten wir. Ja. Ja. Das stimmt. Die kombiniert nix an. Wissen die los? Was passiert? Rot, rot, rot. Rot, rot, rot. Oh, oh, oh. Haben. Mhm. 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 Michi? Ist das passiert, was ich gerade denke, dass es das passiert? Ist möglich. Hast du noch genügend? Ja. Ich hab auch noch ein bisschen was eingelagert. Ich bin grad dabei alles zu... Du brauchst immer 600, ne? Ich hab die immer parallel gefüllt, ne? Und das kriegen wir nicht hin. Ja, aber du musst alle laufen lassen, sonst passt das nicht. Sonst haben wir wieder, ähm, Woma Fall, weil Überlastung des Systems. Weißt du? Ja. Das ist das Problem. Ja. So, mal gucken. Ich teile das jetzt mal ganz grob ähnlich auf, ne? Ja. Das wär immer am besten. Wie viel hast du denn? Hier kommen jetzt nochmal 38 dazu. Hier kommen wir jetzt auch nochmal 30 dazu. Und hier kommen nochmal 31 dazu. So. Reinschalten. So. Der läuft ja noch. Also ähm, die Kettenwäge habe ich? Ja. Das ist sehr schön. Ich baue jetzt vier Signal... Signalisatoren, ja? Okay, mach du mal. Kannst du dann einen von den Dingern nehmen und den an der Kupfermine aufstellen? Ja. Ja. Die muss ich aber noch craften, also dauert noch einen Moment. Okay. Hm. 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 So. Jetzt kann ich sie schon mal craften. So. Ähm. Ne, nicht da hin. Hier hin. Ich hatte übrigens noch ein paar Sachen hier gefunden. Also eine Kupfermine hat hier gefunden und ich glaub noch eine Kalksteinmine. Ja. Ähm. Guck mal hier in die Kiste bitte. Nimm dir mal einen von den Signaldingern raus und die Kettenwäge am besten. Ja. Beides hast du? Ja. Hast du auch Biomasse dabei? Sonst läuft die Kettendecke nicht. Hast du nicht dabei? Okay. Habe ich sogar gar keine. Sonst läuft das Ding ja nicht, ne? Du kannst auch Riesenbäume damit kaputt machen, ne? Ja. Ich muss gleich gucken, dass ich irgendwann noch Blätter herkriege für Biomasse. Ja. Also große Bäume bringen natürlich am meisten Holz, ne? Ja klar. Biomasse ist... Holz ist am besten, ne? Hast ja gemerkt, wie schnell du Biomasse mit Holz machst, ne? Ja. Das geht rar und schnell. So. Ähm. Biomasse... Ich hoffe du hast so ein Signalding dabei. Ja. Stell den mal bitte genau mit, oder an der Mine auf, ja? Ja, mache ich. Und beschrifte das dann mit Pupfer, ja? Hm. Du kannst ja einen Namen geben, dann nimm den Ding. Ich werde das wiederfinden. Ähm. Ah, okay. Hast du schon? Ähm. Name? Hallo? So. Ja. Kupp... Ähm. Ah ja doch. Kupp... Perfekt. Gut gemacht. Ähm. Wo ist man die Kettensäge? Die musst du ausrüsten, in die Hand nehmen, ne? Da ist sie. Ja. Ne. Schön. Ich mach jetzt erstmal hier bisschen verschirrt. Ich brauche eher Biomasse direkt. Du könntest die Bäume hier abreißen bei uns auf den Fundamenten. Weil die Nerven... Warte, die muss noch irgendwie befüllen. Warte, wie befülle ich die nochmal extra? Ne, die Biomasse, die muss nur in deinem Inventar sein. Der... Ah. Der braucht keine Biomasse. Braucht der Bio-Sprit? Ja. Ah, müssen wir noch erforschen, ne? Müssen wir noch zu Ende erforschen. Ja, den kriegen wir ja damit. Ja, müssen wir grad noch erforschen. Ah. Er ist ja nicht mehr erforschen. Ein. 43 Blassen nur. Ein. Ein. So, jetzt haben wir's. 43? Ja. Ich muss genau noch eine abwarten. Da ist er. So. Oh, ich hab sogar noch eine mit dem Metall ab. Ups. So, jetzt kannst du den. Oh, jetzt haben wir die ganzen Wände mit Fenstern freigeschmült. Also. Du machst Grünzeug weg hier bei uns. Ja. Ich will hier keine Bäume mehr direkt bei uns sehen, ja? Zumindest nicht. Die... Die Produktion. Ja. Gut. Ähm. Welche Bäume können noch weg, die in der Produktionskette gehen? Komm mal zu mir. Hier. Hier. Sowas. Sowas. Das ist weg. Ich komm zu dir. Na, wo ich jetzt gerade stehe. Die Dinger hier können alle weg. Weil die stehen direkt an der Maschine. Schön für den Holz. Ja. So. Der noch weg. Wieder mit der Natur. Die großen Bäume kannst du auch mal versuchen zu verflaschen. Hab ich schon. Ja. Und sonst ist hier nichts mehr dazwischen, ne? Ja. Ich rieche den Anlagen jetzt. Okay. Und wie viel hast du schon eingesammelt an Holz und Blättern? Ja. 202... 229 Blätter und 13... Warte. 113 Holz. So. Ich sorg mal dafür, dass es so riesig aber noch ein bisschen hinterher laufen kam. Okay. Okay. Der Baum will nicht weg gehen. Der Baum will nicht weg gehen. Es muss richtig schön nah dran sein und durchschneiden. Kann gedrückt halten. Ich will die ganze Zeit immer weiter mehr Zeugs. Aber der will es nicht auflösen. Der will nicht weg. Sehr geil. Ja. Warum ist das? Siehst du es? Nee, wo ist er denn? Ist er bei dir schon weg? Wo? Bei mir ist hier noch ein Baum. Wo genau? Direkt hier... Warte, warte, bleib mal stehen. Zwischen uns. Hier ist... Und ich krieg auch noch weiter Materialien, wenn ich daran gehe. Nee, hier ist nichts. Bei mir ist hier nichts. Ja, gut. Dann hab ich die Materialien jetzt nicht bei mir momentan. Wie anders auf einmal alles alles aussieht. Ja, ne? So, ähm... Wir wollen definitiv noch eine neue Kiste. Du meinst so eine kleine? Ja. Ich komme an mich drauf. Hm. So, als erstes, äh... Nee, wo braucht man die? Ohhhh... Hm. Ich muss noch mal die... Wo wollen wir die hinbauchen? Moment. Ohhhh... Ähm... Ich schmeiß jetzt mal die Seele da rein. Kann man die nicht hier noch irgendwo drauf ablegen? Nee. Sei doch nicht. Dann hier draußen. Hier, wo die Plattformen sind. Ja. Alter. Ich schätze mal, wie viel Biomasse ich heute machen kann. 1000. Also Biomasse aus Holz und Biomasse aus Blättern. Ich schätze mal. Holz. 2000. Und Blätter? 1000. Also Blätter 630. Holz 2600. Ja. Ja gut, dann legt euch mal zurück. Kommst du mal zu mir? Das war eine lange Folge. Moment, ich muss gerade Biomasse aus Holz verarbeiten. Das dauert ein bisschen. Na ja. Das wird toll. Dann. Ja. Du bist so. Ich schätze mal wieder. Das ist wirklich drin. Du bist so. Ja. Das ist wirklich drin. Ja. Ich schätze mal wieder. Du bist. Du bist so. Das ist ja auch normal, Alter. Über 1500 Brennstoffzellen. Du, ähm, machst das aber jetzt schon weiter zu den... Dritt die Bio-Brennstoffzellen. Ja, genau. Aber wir können nicht mehr erforschen. Ja, unsere Kraftwerke sind im Moment gleich leer. Ja, ne? Bin bald fertig. Kannst du dann überall auch Maximum nachfüllen? Ja. Unsere Auslastung beträgt im Schnitt so um die 60, 70 Prozent. Das ist noch okay. Der einzige Vorteil ist, ich kann nebenbei endlich mal eine Pizza essen. Und falls sich einige jetzt wahrscheinlich fragen, wieso ist wahrscheinlich schon seit zwei Folgen dabei eine Pizza zu essen. Ich esse sehr gemütlich. Ich fresse dich. Ich esse langsam und entspannt. Und ich bin die beiden anzocken. Ich mach mal kurz die beiden Meilensteine, wo man nur fünf Nüsse und zwei Pflanzen braucht, ja? Achso, ja, klar. Ich geh nach schnell. Auf Stufe eins haben wir nur noch zwei von sieben Sachen zu erforschen. Und auf Stufe zwei haben wir noch vier von aktuell fünf. Wände für Förderbänder, sollen wir das mal grad einfach fix erforschen? Ähm. Ja, okay. Dann haben wir sehr viele Sachen vor. So, ich sorg noch kurz dafür, dass wir die Bierung was hier haben. Ich will nur noch kurz die Biomasse hier wegkriegen, ne? Danach mache ich Brennstoff. Achso. Aber du hast Strom gerade nachgefüllt, deswegen, oder? Nur ein bisschen. Ich sorg jetzt erstmal dafür, dass wir hier, ähm, die Biomasse wegbekommen. Ja. Na, die brauchen wir ja jetzt nicht mehr. Das ist gut. So, Pakete, Feuer. Und drei. Ja, schieß ab. Drei. Eins. Ah. Stufe eins haben wir jetzt komplett fertig. Komplett erforscht. Nee. Fuck. Vergessen. Meilenstein müssen wir noch, äh, Produktion übertacken. Dann gehen wir fertig. Nein. Nein. Der muss zu bleiben. So. rein damit. Sollen wir, äh, Produktion übertacken auch machen? Hau rein. Nein. Warum grad so viel ist? Wir schwimmen grad in dem Zeug, was soll ich machen, ne? So, zeig mal. Mhm. Ach, den ganzen Gramm haben wir schon fertig? Ich hab genügend Ressourcen für, damit wir Stufe eins fertig haben schon. Du musst nur warten bis die Rakete. Na geil, dann machen wir mit Stufe zwei direkt weiter. Naja. Wir haben grad so viel Ressourcen. Und das geht halt rasend fix jetzt grad. Ja, das stimmt. Können wir mich ja noch um die Elektroverarbeitung, dass das hier nur läuft. Aber irgendwie ist das jetzt sehr, sehr träge. Aber wir müssen die Produktion insgesamt überall jetzt optimieren und erweitern, ne? Ja klar. Ah, da hinten hast du die Kisten abgestellt. Die zweite Kupfermine. Die müssen wir an, halt auf. Die Rakete kommt wieder. Jetzt kannst du mal sehen, wie die Rakete landet. Guck mal schnell. Wie viel Zeit hab ich noch? Die landet grad schon. Äh, ich muss grad nochmal den Metall noch aufruhen. Schnell, schnell, schnell. Die landet grad. Aber auch. Zu spät. Können wir mal gucken, wie viel Bio-Brennstoff wir haben. Lagert in der Kiste. In welcher Kiste? Die draußen direkt. Welcher von den drei? Rechts. Rechts. Das heißt rechts machst du Bio-Brennstoff und was machen wir mit den beiden anderen Kisten? Keine Ahnung. Wir können Werkzeuge wie Kettensäge wie Sachen wie Scanner oder wie Jetpack später oder wie diese Signalisatoren können wir alle in der linken Box lagern, ja? Oder in der mittleren. Achso, ja. Pack einfach mal hier. Warte. In welche Box wolltest du was zu lagern? Warte. Ich zeig's dir. Ich hab ja noch die Kettensäge und die Dinger hier dabei. Ich mach mal in der Mitte. Und zwar, da kommen diese Sachen da rein, okay? Und die hier. Ja. Mhm. Perfect. Ist das ne Pistole? Ja. Die gibt's im Kopf. Ich pisste auf die Gegner. Mario, kannst du dich mal bitte da runterlegen? Mario, sag einfach ja oder nein. Äh, ja. Achso, darfst du ruhen doch. So, wir haben die zwei Pimmelköpfe hier jetzt abgeholt. Ja, Tankverbot ist am Start. Zawon. Die Achterwanne geht so ab. Die Stänze mit der Gänse. Dimm, 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 Dimm. Oh, mein Gott!